... um 27 Kilogramm Regal in Österreich und in Deutschland fliegen zu können. In der Schweiz gibt es tiefe Gefängnis, wenn es noch recht gut weiß. Ich kann es sagen, es ist eine gute Möglichkeit. Ja, und die Apache ist in einer Sonderlaktierung, 100 Jahre Militärflug im Niederlande, also das ist Royal Netherlands Militär aus dem Niederlande, und das war eine Sonderlaktierung zum 100-Jährigen-Gewinnerland. Die Höhe des Temperatregs sitzt gerade, möglichst wenig Widerstand und dann schwebst es nach unten, damit die Maschine einfach nichts immer voraus will, denn das ist ein Stubild. And out, das sind dann vollgeladene Spannungen von ... Ja, der Begleiter ist wieder unten. Das BMG wird jetzt bewegt, wenn sie noch unter dem Rumpf fallen. Auf das wird über ein Verbe. Nach links und rechts, oben runter, durch den tiefen Bruchzöpferl, dann muss man kurz mal zum Deckeln gehen. Wir sind Leistung ohne Ende. Einmal Pachys! Jaja, Pachys! So, Altebäume-Party, Auftrag, Hintergeber, dein Applaus, wunderschöner Hubschrauber. Ich habe jetzt gerade gehört, da wird irgendwo Hubschrauber rumfliegen. Draußen kann man, dass die Rega zurückkommt. Untertitelung des ZDF, 2020